Das ist der Einfache von Sie. Dann könnt ihr auch mir anrufen. Nein, die, die es lieben haben. Eben, dann könnt ihr auch mir anrufen. Mit den beiden, die dich lieben haben, könnt ihr mich ruhig auch gleich noch anrufen. Das ist wirklich zum Lachen. Ich habe das Publikum gerne. Und dann gibt es so eine Beziehung, und das könnte ich dir glatt beweisen, und zwar mit diesen beiden. Könnt ihr dir etwas machen, was zu mir passt? Und dann könnt ihr das machen. Ja, ja, okay. Eben, e ту, eben, tu, three, four... Musik 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 Ja, ein paar Tränen, denn ich war euer Liebling und kann euch jetzt nicht mehr verwöhnen. Wenn ich schon hör, nur du wärst hier beliebt, spürst du denn nicht, dass es hier nur einen gibt? Sieh dich doch mal um, schau in ihr Gesicht und du wirst sehen, die lieben doch nur mich. Schmidi, ich glaub, du irrst dich da sehr. Schmidi, die Leute lieben mich mehr und wenn du glaubst, es ist nicht wahr, ich erzähl hier nur Quatsch, dann frag doch nie von Baywatch. Hey, Schmidi, meine Zeit ist vorbei. Du kannst gehen. Niemand will dich. Ich nicht, die Leute nicht, der Siege nicht. Das muss ein Schwein sein, der das erzählt. Schwein sein? Wer muss gemein sein, dem das gefällt. Gemein sein? Sagt er doch, ich sei gemein. Das darf doch nicht die Wahrheit sein. Was soll das? Oh, was soll das? Tja, jetzt seht ihr endlich, wer der Fiese ist und ich sage nur zu diesem Mist. Ich weiß genau, er vermisst mich. Völlig losgelöst von der Dose liegt der Stärker in meiner Hand. Völlig aufgebracht verlässt er die Bühne und ich hoffe, ich werde ihn nie mehr sehen. Völlig losgelöst von der Dose liegt. Ich bin der König der Welt. Waaah! 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 Waaah!